Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 19. Dezember 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1288. Und ja, das WordPress scheint wieder zu funktionieren. Hoffe ich doch ganz stark. Wir haben heute Minecraft, Apple Maps, Tesla, Oppo, YouTube, OnePlus, NFL und iConnectU sowie ein Energielabel. Gehen wir gleich Schritt für Schritt durch. Minecraft und Englisch lernen. Ja, die British Columbia, ne wie heisse, Cambridge University, möchte zusammen oder hat zusammen mit Microsoft was umgesetzt, was den Kindern dieser Welt helfen sollte, Englisch zu lernen. Gormis Winter Wonderland ist eine spezielle Version von Minecraft, in der kleine Challenges, kleine Rätsel und solche Dinge verpackt sind, dass Kinder ab acht Jahren schon während dem sie Minecraft spielen, Englisch lernen können. Ich finde das spannend, dass man hier immer mehr, ja, halt auch neuere Dinge nutzt, um das Ganze spielerisch umzusetzen. Ich meine schon eben Duolingo Math und solche Geschichten, über die wir gesprochen haben zum Mathematik lernen, sind schon sehr spielerisch umgesetzt und gehen auch richtig gut in den Kopf rein, wie ich bemerkt habe bei meinen Mails. Ich habe es letzte Woche irgendwann mal erwähnt, dass die Schweiz und die Benelux-Staaten mit neuen Apple Maps-Funktionen ausgestattet wurden. Jetzt ist es da, AR, Walking, Lookaround, detaillierte Karten bei Sehenswürdigkeiten mit 3D-Modellen und so weiter und so fort. Mir gefällt es. Jetzt hoffe ich doch, dass bald mal noch neues Satellitenmaterial oben draufkommt und dann haben wir endlich die Plache von unserem Tennisplatz weg. Dann passt es dann auch wieder ein bisschen besser. Tesla startet Steam Gaming Support für seine Autos. Seine Autos ist übertrieben, denn es betrifft die neueren Modelle, S-Modelle, X-Modelle sowie die Played-Version. Also die Played-Version, die neuen Versionen. Warum ist es so? Ja, natürlich, bessere Hardware ist da mit drin verbaut und so ein Spiele-Dienst braucht natürlich schon ein bisschen mehr Power als das, was in den ersten Teslas drin gesteckt hat. Dann hat Ende oder Mitte, das war doch Donnerstag, der letzten Woche OPPO noch weitere Geräte vorgestellt. Ein bisschen habe ich euch ja schon berichtet. Sie haben auch gezeigt, das neue Find N2 sowie das Find N2 Flip. Das eine ist das grosse klappbare, das andere ist das kleine klappbare Smartphone. Ich habe dazu was im Pockipsi.ch-Blog geschrieben. Wer mag, darf da gerne mal rüberhüpfen. Link ist wie immer in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Rüberhüpfen. Ich finde beide Geräte spannend. Wir wissen ja leider, dass das kleinere, das Flip, nicht in die Schweiz kommen wird. Generell nicht nach Europa. Somit stürzen wir uns natürlich auf das grössere. Und das ist das erste grosse Smartphone, was man klappen kann, was mich wirklich interessiert und was ich mir unbedingt mal ein bisschen genauer anschauen möchte. Erstes Quartal 2023 wird es soweit sein. Dann sollte es dann zu uns kommen. Dann testet YouTube auch Wiedergabelisten, die Verwaltung zumindest davon, in der YouTube-App. Aber das bekommen nur die Premium-Abonnenten. Wer also da Google Geld in den Rachen schmeisst, damit sie deine Daten sammeln können, dann bekommt man auch diese neue Funktion. Ich kann es nicht ausprobieren aus Mangel eines YouTube-Premium-Abos. Wer es mal ausprobiert hat von euch, liebe Hörenden, ich wäre gespannt, wie das funktioniert. Ich mache meine jeweils am Rechner oder am Tablet im YouTube-Studio-Geschichte drin. Das funktioniert da relativ gut, auch wenn es ein bisschen schöner sein könnte. OPPO wird deutlich mehr Geld investieren in OnePlus? Ja, für viele, die das nicht mitbekommen haben, OnePlus gehört ja wie Vivo und noch die eine oder andere Marke zu dem grossen BBK-Konzern, der in China ansässig ist und hat ja OnePlus unter OPPO gestellt. War früher mal eine eigenständige, aus OPPO rausgegründete Firma. Mittlerweile untersteht sie wieder OPPO. Und jetzt hat OPPO bekannt gegeben, man wird über die nächsten drei Jahre 1,3 Milliarden Euro reinbuttern. Dann kommt da vielleicht wieder ein bisschen was Neues. Irgendwie hat das ein bisschen geharzt in den letzten paar Monaten, respektive den letzten eineinhalb Jahren, kamen da nicht mehr wirklich die grossen neuen Würfe. Wir dürfen mal gespannt sein, ob, ja, man hat wahrscheinlich eben den Namen OPPO stärken wollen. Jetzt soll es auch wieder nach unten durchgereicht werden. Wir dürfen also gespannt sein, was da als nächstes kommen wird. Die NFGel möchte nicht. In Amerika können Apple Plus, also Apple TV Plus Nutzende schon länger Baseball und Profifussball über eben die Apple TV Plus App, sowie auch über die Hardware und dann die App entsprechende schauen. NFL wollte Apple auch mit drin haben. Da hat die NFL ein bisschen was dagegen, weil ihnen entgeht damit bis zu 40 Milliarden Dollar. Da wird es wahrscheinlich dann ein Abo obendrauf geben, wo man das Ganze nutzen will oder kann, damit man die beiden auch glücklich machen kann. Für die iConnect Hue App, die steuerungsalternative App für Philips Hue Birnen und Leuchtelemente, die hat wieder ein Update bekommen, passend zu der Weihnachtszeit mit verbesserten Gradient Farbwahl, mit neuen Funktionen wie dem Festivia-Diffus-Modus, die relative Helligkeit, Copy-Paste bei Farbverläufen etc. Also wieder mal ein schönes Update, dass man sich unbedingt installieren sollte, wenn man sie dann nutzt. Ich kann es sehr, sehr empfehlen als Philips Hue Birnen- und Leuchtmittelnutzer. Die EU ist gerade voll im Lauf. Die bringen neue Herausgaben oder neue Gesetze raus, wie eben zum Beispiel das 5 respektive 7 Jahre für Hardware und Software und dann noch die ganzen anderen Geschichten, über die wir schon erzählt haben. Jetzt kommt das neue EU-Energie-Label, zeigt, was ein Smartphone und ein Tablet für eine Reparierfähigkeit hat. Ein Ding, was es in Frankreich zum Beispiel schon seit Längerem gibt, da müssen ja alle Hersteller, die ihre technischen Geräte verkaufen möchten, mit einem Label versehen, das aufzeigt, wie gut das Gerät reparierfähig ist. Dazu soll es anscheinend ein kleines Werkzeugsymbol geben, plus dann mit einer Skala von A bis E, relativ ähnlich, wie man es von Kühlschränken mit den Energielabels her kennt, und da zeigt es dann auf, wie gut das eben so ein Gerät reparierfähig ist. Da bin ich gespannt, wie da die ganzen Produkte abschneiden. Ich glaube da eh, es gibt einen Riesenrutsch, wenn dann wirklich die ganzen EU-Bestimmungen umgesetzt werden. Da wird es ein Riesen-Riesen-Ding geben. Aber ja, es geht ja noch zweieinhalb Jahre. Mal schauen, was bis dahin so alles passieren wird. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten von heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche gehabt. Geniesst noch ein bisschen von den Erinnerungen vom Wochenende. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.